Hi! Dieses Klasse ist sehr bequem. Ich kann dir nicht sein, nicht glauben. Es ist ein wahrgewordener Traum. Wo wollen wir das erste Besuchern? Ja, ganz toll! Ich liebe Deutschland. Verkundigen Sie das Kerzemuseum, Schloss Heidelberg, Königsstuhl oder Tinsstätte. Was ist das Kassermuseum? Das Kassermuseum war ein Studentenkarze, wo die schlechten Studenten, die Studenten, haben viele Kunstwerk auf den Mauern gezeigt. Es ist sehr schön und interessant. Hm, toll! Ah, toll! Wo ist das? Ist es an dem Weg, den Schloss? Ich will das wirklich für Sie sehen. Ja, ist das auf dem Mordplatz? Wir wollen aus dem Weg passieren. Ah, aufgesehen nicht. Lass uns gehen. Alles klar! Du darfst nicht bekehrschwidrig eine Straße überkehren. Ach, entschuldigen Sie. Ich wusste nicht. In den USA, du musstest bekehrschwidrig eine Straße überkehren oder die Wolter für immer warten. In Deutschland kannst du ein Strafminder erhalten. Du kannst überhaupt deported. Ah, du kannst nicht die Ernst. Nein, aber kannst du eine Oderstraf machen? Ach, wenn dann. Ah, ich habe Hunger. Es ist Sonntag. Ein Restaurant muss open sind. Ah, hier ist dein Restaurant. Ah, geschlossen. Aber es ist Sonntag. Es ist nur acht. Ah, so. Ein anderes Restaurant muss open sind. Ah, ist das nicht? Nein. Nein. Ah. Bege Schlosser. Was? Es ist Sonntag. Ich habe groß Hunger. Es ist Sonntag. Wir sind geschlossen. Alles geschlossen. Ist das dein Restaurant? Ja, ja, ja. Aber es ist... Ich will viel bezahlen. Aber wo kommst du? Ich komme aus Amerika. Wie? Ah, kein Franz? Gut. Komm hin. Willkommen, Willkommen. Äh, ist... Ist es... Die Speisekarte? Ja, ja. Ich fange aus die Milch. Alles frisch. Barbie ist super. Ja. Es ist sehr gut. Und nicht du? Und das Titanic. Ja, da. Ähm. Ich will... Ähm. Ich habe frisches Fleisch. Nein, nein. Nein. Ähm. Ich will die Schnitzel haben. Und dein Mineral Wasser. Äh. Es ist... Es ist gut. Ja. Danke. Ich will zu kommen. Oh nein, nein. Ähm. Guten Tag. Merken Sie das, in... Amerika... Restaurants sind offen... Jedes Tag. Aber in Deutschland... Sonntag ist sehr special. Und... Restaurants sind... Geschlafen. Ähm. Ein... Äh. Ein anderes Ding. Ähm. Ähm. Wann... In... Amerika... Oder... Deutschland... Und... Du kommst... Zu einem Restaurant mit... Koper. Ähm. Das ist nicht ein gutes Restaurant. Das ist... Ähm. Ein... Todt. Du... 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 Es wird sehr gut. Wann du gehst. Schnell. Aber... Du kannst... Bekommt... Ein tot tot... Dir. Danke. Oh. Das war ein scheiße Schnitzer. Verkommen Sie! Zurück! Nein! Ich meine Sie! Nein! 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 Nein, nein, nein. Nein, 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 nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein.